servus büros und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal es gibt mal wieder einen klassiker und ihr habt es bestimmt im titel auch schon gelesen es geht um die laser laser fontaine batterie von veco ja es handelt sich hierbei um eine fontaine batterie ca 70 sekunden brenn dauer ca 3 meter effekt höhe 18 mm kaliber brillant fontaine batterie steht drauf eine batterie mit smarties effekt zumindest war sie das bisher abgebildet ist er hier eigentlich auch noch es ging das gerücht um es soll nicht mehr da sein aber wir haben gemeint wer kommt denn auf den schwachsinn ich hätte gesagt ich glaube beiden nicht also beiden parteien die das sagen nicht und überzeugt mich einfach jetzt selbst davon gibt es noch einen smarty effekt oder gibt es keinen mehr generell 290 war dieses ding schon immer sehr sehr gut es hat in den letzten jahren ein bisschen nachgelassen da kann man nicht sagen aber an sich trotzdem noch preiswert fand ich und deswegen testen wir das ding jetzt mal wir haben eine nm von circa 134 gramm ja und dann geht es jetzt auch einfach los mit dem test der laser von veco ich wünsche euch recht herzlich viel spaß laser von veco und sie ist noch mit smarties effekt leute so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Für 2,99 Euro ist das Ding nach wie vor noch sehr, sehr schön anzusehen.